Leitung frei für die Fernkälte und damit für eine innovative, umweltgerechte Kälteversorgung des Hofstadtareals. Die Fernkälte der Stadtwerke München ist eine Antwort auf einen steigenden Strombedarf im Sommer. Grund ist der vermehrte Einsatz von Klimaanlagen. Mit dem Bau der ersten Fernkälteinsel in der City haben die SWM eine Lösung erarbeitet, die komfortabel und klimafreundlich zugleich ist. Das ist eine Technik, dass ich an einem zentralen Punkt, wo es eben günstig ist, eine Kühle erzeuge oder bereitstelle oder abgreife, dann über ein Leitungssystem zum Kunden transportiere und dann nochmal den Kreislauf geschlossen halte. Letzten Endes wissen wir, wenn man auch ist. Ökologisch deswegen sehr vorbildlich, weil wir mit natürlicher Kühle arbeiten können, die ergänzt werden muss bei hohem Kältebedarf auch durch Kompressionskältemaschinen, die auch ergänzt werden könnte durch Absorptionskältemaschinen. Zur Kühlung wird vorwiegend kaltes Stadtbachwasser benutzt, gespeist von der Isar. Dazu gehört zum Beispiel hier der Glockenbach. Er mündet später in den westlichen Stadtgrabenbach, der wie die meisten anderen Bäche in der Innenstadt nur im Untergrund fließt. Die zentrale Kälteerzeugungsanlage für die Innenstadt befindet sich im Stachus-Untergeschoss. Dort wird die natürliche Kälte des Baches abgegriffen und die Fernkälte verteilt. Der Kreislauf funktioniert dabei im Prinzip ähnlich wie dem der Fernwärme, nur umgekehrt. Die Kälte kommt in die Räume über eine zentrale Übergabe am Färbergraben und wird dann über die Zentralen verteilt und zwar über Wärmetauscher. Wir sind hier jetzt gerade in einer Zentrale eines Gebäudes. Jedes Gebäude für sich hat eine eigene Zentrale, wo das kalte Medium, was von den Stadtwerken ankommt, geliefert wird über einen Wärmetauscher in den Kreislauf der einzelnen Häuser eingespeist wird. In den Räumen, da gibt es Kühldecken und da wird von der Decke aus dann gekühlt. Es sind entweder Segel, die an der Decke hängen oder es sind wirklich flächige Elemente, Metall-Elemente, die dann diese Kälte abstrahlen. Auf die ursprünglich geplanten Kälteanlagen auf dem Dach konnte verzichtet werden. Stattdessen entsteht dort ein gläserner Konferenzraum, was erheblich zur Wirtschaftlichkeit beiträgt. Durch die natürliche Kühlung mit Stadtbachwasser kann auch jede Menge Energie zur Kälteerzeugung eingespart werden. Derzeit hat die Isar vermutlich eine Temperatur von etwa 18 Grad oder 20 Grad, ich weiß es so nicht genau. In diesem Fall schalten wir dann Kompressionskältemaschinen mit dazu, um einfach den Kühlbedarf zur Verfügung zu stellen. Aber in den Übergangszeiten, wo die Isar eben vielleicht nur eine Temperatur von 10 bis 12 Grad hat, man badet dann auch nicht mehr drin, kann ich ja mit dieser Temperatur Räume, die eine Temperatur von vielleicht 20 Grad, 25 Grad haben, kann ich die runterkühlen. Fakt ist, die Fernkälte ist nicht nur innovativ und umweltschonend, sie steigert auch den Wert einer Immobilie. Schritt für Schritt wollen die SWM nun den Ausbau in der Innenstadt vorantreiben.